Hier kommt was? Hier kommt was! Machawili Meinst du? Weiß ich nicht Ne Nur eine War das nur der eine? Weiß es nicht Er kommt zu mir Aber der hat doch gar nichts Der hat doch gar nichts Ja er hat nichts Ich versteh auch nicht was ich wollte Soll ich den einfach mal leben lassen? Vielleicht kommen seine Mates oder so Der tut mir gerade leid Der tut mir leid, das ist doch eine Lüge Hehehe Feuerhelm hier drin Hier ist auch noch eine Mini In der Garage steht die Backe Interessant hier Spawn Wow was ist hier los? Ich fliege Du hast ihn doch getötet jetzt Ich dachte wir lassen den neben Vielleicht kommen seine Mates Hehehe Ok warte lass uns nicht mit einsteigen Wir sollen erstmal hier hin fahren Dann sind wir alle sofort tot Quanto um! Einsteigen! Nooo! Quanto um! Hey! Das ist der Quanto Es ging gerade weg Nein! Was denn? Es geht ihm bergab Der rollt die ganze Zeit Hallo! Jetzt werde ich überfahren! Nehmen uns! Ich wurde überfahren! Ich wurde wieder überfahren! Ahhhh! Sind tot! Ich hab jemanden Ich hab jemanden genockt! Yo! Schau wohin! Merk dir das! Nein! Ey! Du hast selber gerade überlegt Du hast selber gerade überlegt Erstmal sind wir gestorben Wegen Spoons Aktion Und dann Quantum hat gewallert Quantum ist ein Mates Jetzt muss ich mit Quantum meine hart erarbeitenden Sachen teilen Weil er uns nichts gibt Türlieb! Nehmt euch einfach Nehmt euch doch! Quanto unfassbar wie wir hier alles Das ist Das ist als würde man Solo spielen Als würde man hier Solo spielen Jetzt brauche ich 5 und 6er ein bisschen Habt ihr was? Ja brauche ich jetzt auch Jetzt brauchen alle Ja hier Gehen wir jetzt mal weiter oder? Dann checke ich so die Lage Wollen wir jetzt mal los gehen oder? Kann ich jetzt im Team helfen? Okay dann fahre ich schon mal los Hier kommt wieder wat Stimmt ja Kommt wat Ab 1k Hitte 2 mal Nice Nice Leute Nice Was machen die? Checken die überhaupt was? Diese Auto müsste gleich kaputt gehen ne? Okay sind alle tot Ja Es sind noch Spieler an der Halle 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 Am Stein Am Stein An der Halle auch Knocked Knocked sind wieder andere Einer an der Halle ja Das ist ein anderes Team Stein noch immer oder ist der noch? Der ist Knocked Der ist Knocked am Stein Okay der in der Halle hat wieder gebiegt Oh! Ich wurde richtig hart getroffen Ich weiß nicht von wo Halle glaube ich rechts Halle glaube ich rechts Uh! Rechts von der Halle ist guckt einer Da seh ich nur so ein ganz kleines bisschen von Ich geh mal grad den Berg hoch Ich glaube ich greif hier den Zaun Einer ausgenockt noch Der hat bei der Halle Ja bei der Halle Zwei sind ausgenockt Knocked Tot Ja okay Ey die hab ich beide Die hab ich beide mit zwei Oh! Anders schießt noch auf mich Noch mehr? Warte Ich hab nicht gehört von wo Shit Sollen wir aufhören hier Das reicht Der hat noch mal ne K hier Wir haben grad ein Viererteam noch gekillt Da müssen wir dann auch mal gucken Was wir alles für Loot abkriegen können Ich bin hier noch Oh jetzt ist für jeden was da Hier kommt noch was Noch was Noch was Aber es geht hier ab Das ist ein ganzes Viererteam Yes! Yes! Wasser ins Spray vor sich Nein nein Quantum, Quantum geliechen Oh Gott Oh Leute Die haben wir ge... Die haben wir ge... Die haben wir ge... Die haben wir ge... Noch was Ja man Hier ist noch was Richtung Süden oder so Knocked Rechts von uns, rechts von uns auch In der Halle drin In der Halle drin Linke Seite Ich pushe, ich pushe, ich pushe Hier noch Das hört hier gar nicht mehr auf hier Einer ist tot hier Ja zwei hab ich schon Feinde killt Ja ja Okay Dann hat man einen genockt Ich hab den gekillt Warte, ihr müsst noch was leben Ihr müsst noch was leben Ja? Ihr war noch knocked Ja ja, der letzte war noch nur knocked Okay okay Was zur Hölle? Wo kommen die alle her? Drei Squads oder so? Voll so plötzlich Ja Hauptsache weiter looten Obwohl ihr Leute noch sind so Ja, ich werd grad beschossen Von ganz oben Was? Das ist jetzt von ganz wo anders Ganz oben irgendwo 170 Der hatte mich vorhin beballert Nein, von hinten Ne, zwei Leute, zwei Leute Ganz oben Ich hab mich zur falschen Seite gedeckt 47 und Munition Ne, hinter mir Ne, das ist hinten jetzt Ja, 300 ungefähr Noch mehr Ich hab keine Dingens Ich hab keine Äh, keine Boosts Ey, wir haben so viele Leute Der pusht rechts rüber Der ist hinter dem Ja, sehe ich ihn nicht Oh! Ich hab den oben am Berg genockt Ja, toll, toll Einer noch hinter uns Beim Buggy irgendwo Richtung Buggy Glaub ich Ja, hinterm Buggy ist er verschwunden Der steht auf dem Field, glaub ich Tot! Nice! Sehr gut Okay Wie sieht's aus mit denen vom Berg? Sind die auch tot? Der ist nocked aber Sein Mate Ne, ne, den konnte ich nur noggen Den hab ich ja nicht gesehen Ah! Wie viel geht das gerade? Ne, die haben keine Chance Sie haben keine Chance Alle Squads einfach zerstört Okay Ja, die hatten auch nicht mehr so viel hier vorn Shit, 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 shit Ja, ich seh die noch 200 210 auf dem rechten Hügel sind die oben Einer zieht sogar auf euch Geht so umbekommen Scheiße Dreierhelm hat der Hat einen Hit bekommen Oh, ich hab den auch nochmal gehitzt Oh, ich hab den auch nochmal gehitzt Oh, ich hab den auch nochmal gehitzt Du schießt auf mich Eine Ausrichtung Oh! Mist, Mann! Ich dachte das will ich, aber gut Sein Mate ist weiter oben Berg oben? Schießt auf mich Hat zwei Hits, hat zwei Hits Ich seh den Ich seh ihn leider auch nicht Wo genau ist der? Der läuft den Berg hoch Von mir aus 160 Naja, ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn 210 von mir aus Das ist ja ganz woanders jetzt Ja Der auf mich geschossen hatte zumindestens Der ist aber weg Also der Der hat sich verabschiedet Zone, Jungs Ja Hat noch nicht von mir Der müsste Der müsste in der Zone sterben Ja gut, so hart ist die Zone auch nicht, oder? Aber das waren zwei oder drei SKS Hits von mir Also ich Ja gut, der kann sich auch heilen Aber wenn er sich heilt, hoffe ich Ich hab den Nee, der hat sich geheilt Ich muss mit dem Auto zu euch fahren Kann sein, dass ich sterbe Wobei der relativ wenig Leben hat Hab ihn knocked, hab ihn knocked Okay Okay, der steht auf jeden Fall Da muss auf jeden Fall noch einer sein irgendwo Ja Also Richtung Süden Ich seh noch zwei Ich seh noch zwei Neben mir links Zwei noch Oh, ganz weit weg, oder? Ja, ist doch komisch am Berg Du rätst genau weinen zu, oder? Nein, die sind links neben mir Links neben mir Close hier, oder was? Nee, so 100 Meter 200 Meter Da soll ich schießen jetzt Aber einer ist so zig auf deiner Höhe Aber einer ist zig auf deiner Höhe schon Ja, ich versuch mal, ob ich den kehren kann Einer heilt sich gerade hinter einem Stein Viel, viel achten Die Boys am Rollen Die sind noch nicht drin, oder? Der hat sich seine drinnen Echt? Okay, das war der Der war bei mir Hat zwei Hits Der ist knockt Auch nur knockt? Gut Okay, ich hatte auch nur knockt Ey, oben auf der Straße 100, 205, 205 Ganz weit hinten Oh, der ist an dem Stein 210 Rechts an der Straße Okay, ja Der vordere der beiden Ah, kommt, kommt, kommt Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Hat einer von denen noch AKM Muni? Jetzt kannst du looten Hat einer von denen noch AKM Muni Komm, komm, wir müssen auf die 30 Kills kommen Das ist mir aber egal, wenn wir nicht gewinnen Okay, okay Ich will die 30 Kills haben Hier vorne waren, äh Wie viel fehlen uns noch? Ich bin bei 8 Ich habe 7 Haben wir 15 Sechs Ja, haben wir doch Ne, haben wir noch nicht Nein, nein, wir brauchen jeder 10 Warte mal Das ist doch aber Ist doch aber von 30 Müssen wir jetzt die Hälfte noch killen Dann von denen Ja Wir sind da drin Ich würde auf jeden Fall irgendwo ganz nach oben auf den Berg gehen oder so Dass wir High Ground kriegen Ich weiß nicht, ob man hier hoch kann Irgendwie hier so hochklettern Wird bestimmt funktionieren Ich probier's einfach mal Da ist ein Spieler Süden, 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 Süden Ja, 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 ja Oh shit, ist gerade hinter dem Ding verschwunden Ah, seh, 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 seh Kannst du den sehen? Ja, oben fehlt Ja, für mich ist der nicht oben fehlt, für mich ist der weg Das sind mehrere Spieler Oh rechts Oh rechts Ja, die meinte ich Habe ihn ausgenommen? Sauber Sauber Der gerade geschossen hat zumindest Ich seh die nicht, ich seh die gar nicht Kann ich hier vorlaufen hier unten oder nicht? Der war im Süden, 195 Ich hab keinen Helm mehr Da waren zwei, ne Das sind zwei gewesen Quantum hat er eine ausgenommen Und Den zweiten hab ich nicht gesehen Ich hab noch einen gesehen Der zweite ist weiter hinten lang gelaufen Sollen wir mit Sollen wir nicht vorgehen, die pushen? Wenn die schon mal knocked ist? Ja, ich würd gern hier auf den Berg hoch Ich hab keine Helm hier nicht Oh shit, hier war ne Oh Nice Venti, Venti Venti, Venti Der ist tot, der wurde beim Auto Killen uns die Leute weg Nein Wir müssen da hin Hier sind auch noch welche bei mir Shit Boah, ich brauch nen Helm, ich brauch nen Helm Der hier im Auto vielleicht Wo ist der denn? Einer ist hier Richtung Westen Aber auf den wurde er auch geschossen hier Wo denn am Auto? Da wo die Granaten explodieren Dann hier im Auto Hinterm Auto, hinterm Auto Achso Hier Auf den wurde er auch geschossen, also Der muss irgendwo sein Ja, die Den Typen hatte ich glaube ich gesehen Aber nicht gekillt Hattet ihr schon für den ausgenockten hier links Nein, nein, nein Nee Nee Oh, ich seh einer, 250 Sind zwei Da hinten gerade Einer war dahinten Einer war dahinten Ach shit, der ist gerade hinter nem Hügel verschwunden Hier im Westen 255 irgendwo Shit Bei mir sind hier dann auch noch welche Ey, wir kriegen die Kills nicht Wir müssen schon reinrennen Sonst klappt das nicht Naja, bei mir sind zwei Bei mir sind zwei Wo bist denn du? Ah dahinten Die zwei Leute die Aber du bist nicht drin, ne? Ich weiß, 40 Sekunden noch Könnte sein, dass die dann von hinten pushen Da müssen wir ein bisschen aufpassen Hier vorne sind auch noch welche Läuft grad einer Äh, 275 Wieder an der Kante hier Da, wo ich vorhin die Nate geworfen hatte Ich bin zu weit Hier tief unten Ich kann das nicht sehen Naja, das ist hier 265 Lass uns mal gucken, dass die anderen nicht von hinten kommen Weil das kann sein Wenn wir Pech haben Ah, ich seh einen Bei Drei 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 Spieler von mir Einer von denen ist Knocked Phantom, geh mal am besten von der Pose weg Die ist glaube ich nicht so geil Einer Knocked von denen Nice Leider keine Sicht Und du da hin Und du da hin Noch einer Knocked von denen Noch einer Knocked von denen? Okay Können sein, dass ich sterben an der Zone, die ich genockt hab Ich seh hier unten einen Typen 280 Aber dann müsst ihr erst hier hochkommen Damit ihr den Sehen könnt Der rennt rein, der rennt rein, der einer rennt rein Ah, die Nate war ja noch mega Schön, hab ihn Okay, unten sind drei Leute 305 Ganz weit unten Drei Leute Wenn ihr hier zu mir hochkommt, dann könnt ihr die alle sehen Alle Drei Leute muss aber irgendwo noch einer sein Ich seh Ich seh Ich hole dich Ich hole dich Hab einen Knocked von denen Du hast keine Zeit verliehen hier Nein ich wurde auch Knocked Shit Holst du dann Holst du dann Vanguard, weil ich full life bin? Ja Das sind die letzten vier wahrscheinlich Hast du in Deckung dahinten? Jaja, ich bin in Deckung Ich hab sogar einen Ich hab auch einen von denen Knocked Also vielleicht holen die sich Ja, ich muss mich wieder heilen leider Schade Oh, hinter uns Oder? Nee Okay Oh Gott Ich hab wieder keinen Helm Shit Einer hat einen Dreiehen von denen Das ging Ich hab leider keinen Deswegen war Öse aus Habt ihr Nates oder so? Könnt ihr nicht? Ich hab sieben Nates Sieben Nates Ich hau die gleich da rein Sind die noch immer da drunten? Ja, ich glaube Ja Einer leckt sich Boah Der gibt mir Insta-Head schon die ganze Zeit, man What the fuck? Der hat keinen Helm Einer von denen hat keinen Helm Einer von denen hat keinen Helm Ja, einen von denen hab ich mit dem Headshot Knocked Deswegen glaube ich Die pushen hier die rechte Seite bei mir Rechte Seite Hier, komm zu mir, komm zu mir Der hat alles getötet hier Kronium Das war er Wie viele Kids? Sieben Kids Acht Kids Acht Kids Ich hab 11 Ich hab 11 Acht Nein Der Kronium hat gerade vier Leute getötet Oh Wie alt denn? Der hat sich jetzt immer wieder ein wenigstens von aufsehen Ja, jetzt immer wieder ein wenigstens von aufsehen Oh, the jungle VIP I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me Das war's Das war's Das war's Das war's